Ja, ich freue mich sehr, heute mit euch über diese Frage zu sprechen. Was bewirkt meinen Lobpreis? Und meine Herausforderung war ein bisschen, dass ich mir vorgenommen habe, dass ich kürzer predige als wir sonst predigen. Aber mein Herz hat eigentlich so viel mehr zu sagen, als man die Zeit packen kann. Deswegen, ich hoffe, auch wenn wir uns auf eine Sache sehr stark heute konzentrieren werden, was diese Thematik angeht, dass sie dir helfen wird, einen Schritt näher dem zu kommen, dass du merkst, dass dein Lobpreis wirkungsvoll ist, dass dein Lobpreis wirklich ganz tief was bewegt. Und das wollen wir gemeinsam anschauen. Und weil ich Gebet liebe und weil es heute um Gott gehen soll, möchte ich euch einladen, dass wir noch einmal kurz gemeinsam aufstehen, weil ich möchte glauben, dass wenn wir das ernst nehmen, was ich heute aus der Bibel vorlesen möchte, das ernst nehmen wollen, was Gott uns heute zu sagen hat, ich glaube, dass es einen grundlegenden Unterschied in unserem Leben machen wird. Und deswegen dachte ich, wäre es vielleicht voll cool, wenn wir gemeinsam einmal aufstehen. Und wenn du heute Morgen denkst, hey, ich bin in den Gottesdienst gekommen, ich hätte Lust, anders wieder rauszulaufen, was vom Himmel zu empfangen, von Gott zu hören oder Gott zu begegnen, vielleicht fragst du, über welchen Gott redet ihr eigentlich, es gibt ja so einige. Ich weiß nicht, was deine Fragestellung ist, aber wenn du den Wunsch hast heute, dass du anders durch diese Türen wieder rausläufst, weil du eine Begegnung mit Gott hattest, weil du erlebt hast, dass Gott in deiner Situation gesprochen hat, dann will ich dich einladen, mit mir gemeinsam so die Hände vor mir zu öffnen. Und ich möchte genau dieses Gebet sprechen. Gott, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir so, dass wir wissen dürfen, dass du gut bist, Gott. Dass nicht unsere Umstände unser Leben bestimmen, sondern du. Dass du so viel größer bist als alles, was auf dieser Erde passieren kann. Dass du regierst und dass wir das wissen dürfen. Gott, danke, dass du dein Leben gegeben hast, damit wir heute noch in Beziehung mit dir sein dürfen. Dass du uns genau dafür geschaffen hast, Beziehungen mit dir zu erleben und aufzublühen in all den wundervollen Sachen, die du für uns vorbereitet hast. Ich danke dir für heute Vormittag. Ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für unsere Gespräche. Ich danke dir für den Lobpreis und auch für diese Predigt. Und ich bete Gott, dass jeder Einzelne, der mit mir heute die Hände vor sich öffnet, dass jeder Einzelne von uns eine neue Erkenntnis bekommt, ganz klar in unser Leben hinein. Dass du heute sprichst, dass du heute unser Herz bewegst. Und wir erleben, dass wir nicht als die gleiche Person wieder aus diesen Türen rauslaufen, weil du uns begegnet bist. Eine Begegnung mit dem Allmächtigen, die alles verändert. Daran möchte ich glauben in deinem Namen. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Ich möchte gerne mit einer Geschichte starten. Und zwar bin ich 2016 auf eine kleine Reise gegangen. Und zwar bin ich auf die andere Seite der Welt gezogen, nach Australien. Und dort eine Bibelschule zu machen. Und tatsächlich war es dort so, dass wir ungefähr drei Gottesdienste in diesem College hatten. Müsst ihr euch vorstellen, Raum gefüllt mit circa 1000 Leuten. Also doppelt so viel wie hier. Alles College-Studenten. Jung, laut. Und das reicht eigentlich schon. Jesus lieben. Das ist auch eine gute Sache. Und tatsächlich war es so, ich wusste damals nicht, dass ich für fünf Jahre da sein werde. Ich glaube, sonst hätte ich wahrscheinlich direkt einen Schock gegeben. Zum Glück nimmt Gott mich immer mit auf eine Reise und zeigt mir Sachen Stück für Stück. Ich dachte, ich gehe für ein Jahr hin. War letztendlich fünf Jahre dort. Und wurde fünf Jahre lang diesen College-Gottesdiensten ausgeliefert. Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ihr denkt, dass hier laut ist, die Australier haben keine Dezibelgrenzen, glaube ich. Weil ich weiß nicht, wie meine Ohren nicht geplatzt sind in diesen fünf Jahren. Es war so unglaublich laut. Plus die perfekte Kombination hinter dem Mischpult standen Leute, die nicht wirklich wussten, was sie machen. Keine gute Kombination. Also laut, man hat nichts verstanden. Und ich habe mich so unwohl gefühlt in diesem ersten College-Gottesdienst. Und das wurde auch nicht besser. Und ich war so, boah, wenn das jetzt ein Jahr lang so geht, wo es ja jetzt fünf Jahre dauern wird. Wenn das jetzt ein Jahr so geht, boah, ich bin raus. Ich habe da wirklich keinen Bock drauf. Das ist einfach nur laut, einfach nur Krach. Und was hat das mit Anbetung zu tun? Gefällt mir nicht. Und letztendlich habe ich in der ersten Woche einen Moment gehabt, wo ich das Gefühl hatte, dass Gott zu mir spricht. Und mir zwei Sachen sagt. Einmal hat er mich überführt und mir gesagt, Anik, im Lobpreis geht es tatsächlich nicht um dich. Autsch, sondern es geht um mich. Es geht um mich, nicht um dich, Anik. Und das war erst mal so eine Überführung. Ich war so, okay, gut, wichtig zu verstehen, nehme ich mit. Zweite Sache war, hey, Anik, warum fragst du mich nicht, was ist da eigentlich mein Wille in dieser Lobpreiszeit? Du bist jetzt ein Jahr lang dieser Zeit ausgeliefert. Was machst du denn jetzt eigentlich in dieser Zeit? Und dann habe ich mir gedacht, ich stelle mich die Frage, Gott, was ist dein Wille? Was wünschst du dir für diese Lobpreiszeiten? Und was dann passiert ist, fand ich so cool, weil ich hatte den Eindruck, ich soll mindestens für eine Person pro Gottesdienst beten. Zu einer Person hingehen, sie ermutigen, für sie beten oder wenn ich einen Gedanken hatte, den Gedanken teilen. Und genau das habe ich gemacht. Den ersten Song, schön die Ohren zugehalten, weil es war so laut. Danach wurde es dann von 200% Laufstärke zu 180% Lautstärke. Und dann bin ich angefangen rumzugehen. Ich habe mindestens drei Leute tatsächlich pro Gottesdienst ermutigt. Fünf Jahre lang habe ich das gemacht. Es kamen regelmäßig Leute auf mich zu und sie meinten so, hey, du bist doch derjenige. Ich so, ich bin werjenige? Letztendlich habe ich so unglaublich viele Leute ermutigt, die Ermutigung erfangen haben, weil ich eine Entscheidung getroffen habe, dass es im Lobpreis nicht um mich geht, sondern ich Gott frage, hey, was hast du endlich vor? Und genau diesen Wunsch habe ich heute an uns, dass wir nochmal neu die Frage stellen, in unseren Lobpreiszeiten, aber auch in unserem Leben, was ja generell auch ein Lobpreis an unseren Gott ist. Wer da den ersten Platz hat? Wer da an der ersten Stelle sitzt? Und ich frage mich, was Lobpreis für dich ist? Denkst du, wenn du an Lobpreis denkst, einfach an diese Lobpreiszeiten, die wir in unseren Gottesdiensten haben? Oder was ist Lobpreis eigentlich für dich? Und woran bewertest du den Lobpreis? Ob er gut war? Ja, die Musik war gut. Nee, er schlagt sich heute ein bisschen zu laut. Ja, war mir heute ein bisschen zu laut. Nee, war mir heute ein bisschen zu leise. Ah nee, den Sänger mochte ich nicht. Oh, warum muss er nicht immer da wieder stehen? Ich weiß nicht, was die Fragen sind, die du dich stellst oder wie du den Lobpreis bewertest. Aber ich will euch einladen, dass wir heute gemeinsam die gleiche Perspektive einnehmen. Und zwar, dass wir uns mit dem Kern vom Lobpreis beschäftigen. Was ist eigentlich der Kern von Anbetung? Ich glaube, dass es in unserem Leben immer Spannung gibt zwischen Sachen. Also ich bin so ein schwarz-weiß Mensch an sich. Ich liebe das, wenn es das oder das ist. Aber ich habe das Gefühl, im Leben ist eigentlich immer das und das. Und das ist ein bisschen herausfordernd, weil ich glaube, oft leben wir in der Spannung. Es macht uns das so oft so viel einfacher zu sagen, ja, leben wir es das oder das richtig und falsch. Das wäre doch super easy. Aber ich glaube, das Lebensspiel findet so viel dazwischen statt, dass wir in der Spannung von Wahrheiten leben. Und die Spannung, die ich im Lobpreis empfinde, wenn es um Anbetung geht, sei es durch Musik, sei es durch unser Gebet, sei es durch unser Leben, sei es durch, wie wir anderen Leuten begegnen, sei es durchs Essen und was es noch alles so für wunderschöne Sachen gibt. Die Spannung ist, es geht 100% um Gott. Es geht 100% um Gott. Gott ist der Kern der Anbetung. In unserer Anbetung geht es nicht um uns, nicht um das, wie ich mich fühle, nicht um das, was bei mir gerade passiert, sondern in erster Linie geht es in wahrer Anbetung, die in Wahrheit und in Geist stattfindet, geht es darum, dass Gott der Mittelpunkt ist, dass er der Fokus ist. Die Spannung, die aber hier entsteht, ist, dass es auch gleichzeitig 100% mit uns zu tun hat. Es hat 100% mit dir zu tun. Es hat 100% mit deinem Leben zu tun. Es hat 100% mit deiner Person zu tun, wenn du in der Anbetung bist, wenn du anbetest. Und ich glaube, dass da so eine Kraft drin steckt, wenn wir es schaffen, in dieser Spannung zu leben, zu verstehen, dass es in erster Linie um Gott geht, in erster Linie um seine Herrlichkeit geht, darum geht, ihn anzubeten. Und nicht darum, dass wir irgendwas bekommen oder dass wir irgendwie uns verherrlichten oder wir einen Vorteil davon haben. Aber ich glaube, wir haben so einen guten Gott, der so gut mit uns meint, dass wenn wir unseren Blick erst nach ihm richten, dass es so viel mehr mit uns zu tun hat, als es uns bewusst ist. Und um das zu belegen, habe ich eine Passage aus der Bibel mitgebracht, die ich gerne vorlesen möchte, weil ich glaube, in dieser Passage geht es genau darum, dass der Kern der Anbetung ist, erst nach Gottes Reich zu trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Und dass alles andere uns im Nachgang hin dazugegeben wird. Ich lese aus Matthäus 6, 19 bis 34. Ich habe es ein bisschen gekürzt, ein paar Verse entnommen, einfach damit wir nicht jetzt 10 Minuten lesen. Und ich will dich einladen, vielleicht einfach mal die Augen zu schließen, den Text auf dich wirken zu lassen. Und dann lass uns mal gucken, was das für uns heute bedeuten kann. Ich lese vor aus Matthäus 6, Vers 19. Und jetzt kommt es. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er diesen einen hassen und jenen lieben, oder er wird sich an den einen halten und diesen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen werdet, noch um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben viel mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Sorgt euch also nicht und sagt nicht, was werden wir essen? Oder was werden wir trinken? Oder was werden wir anziehen? Denn um all das kümmern sich die, Gott nicht kennen. Euer himmlischer Vater weiß nämlich, dass ihr das alles braucht. Und jetzt kommt es. Trachtet viel mehr zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Trachtet viel mehr zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles dazugegeben werden. Sorgt euch also nicht um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Last. Das steht in Matthäus 6, 19 bis 34. Ich finde diese Verse so stark. Und ich habe einen Satz immer wieder in meinem Leben gehört, den ich so gut fand. Vielleicht nimmst du den heute mit. Und zwar, You never come last by putting God first. You never come last by putting God first. Du kommst nie an letzter Stelle, indem du Gott an die erste Stelle stellst. Weil ich glaube, unsere Aufgabe ist es nicht, unser Königreich zu bauen, sondern sein Königreich zu bauen. Und genau dazu lädt Jesus uns hier ein. Er lädt uns dazu ein, zuerst nach seinem Reich zu trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Denn er weiß, was wir brauchen. So verlieren wir uns in allen anderen möglichen Kram, anstatt darin, sich uns auf sein Reich zu konzentrieren. Ich spreche hier aus meinem eigenen Leben. Vielleicht passiert dir das nicht, aber mir passiert das. Und letztendlich glaube ich, dass es so eine Kraft hat, wenn das der Kern unserer Anbetung ist. Wenn wir wissen, dass wie hier in Vers 21 steht, dass da, wo unser Schatz ist, da auch unser Herz ist. Wenn das der Kern unserer Anbetung ist, wenn Kern unserer Anbetung ist, dass wir viel mehr zuerst nach seinem Reich trachten und nach seiner Gerechtigkeit, weil wir wissen, dass er uns alles geben wird, was wir brauchen. Vor allem, wenn wir anfangen, einen Blick zu haben, der über dieses Leben auf dieser Erde hinüber geht, also darüber hinaus geht, ein Leben in die Ewigkeit, dann rückt das, all das, was auf diesem Planeten passiert, in eine ganz andere Perspektive. Wenn wir einen Himmelblick haben, einen Blick in die Ewigkeitsperspektive. Und dazu lädt uns, glaube ich, auch dieser Vers ein. Was ich mit euch machen wollte, ist jetzt, dass wir gemeinsam überlegen, was denn dann unseren Lobpreis wirksam machen. Wenn wir Lobpreis haben wollen, der wirklich was bewirkt, gibt es mindestens, also ich könnte jetzt noch vier Stunden weiterreden, aber mindestens zwei Dinge, die ich dir heute mitgeben möchte, die entscheidend dafür sind, dass dein Lobpreis wirksam ist, dass er wirklich nachhaltig oder auch in dem Moment etwas bewirkt. Und dann möchte ich mir drei Formen mit euch anschauen, wie wir in unseren Gottesdiensten Lobpreis in Form von Musik angehen. Genau. Der erste Punkt, den ich euch mitgebracht habe, ist, was macht unserem Lobpreis wirksam, ist die Frage, wie kostbar ist dein Lobpreis? Wie kostbar ist dein Lobpreis? Wie kostbar ist dein Lobpreis? Hier steht in Vers 21, wie ich gerade noch mal gelesen habe, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Im Alten Testament schon sehen wir, wie so viele Leute zeigen, wo ihr Herz wirklich ist. Ihnen ist der Lobpreis so kostbar. Ein Paradebeispiel für uns ist zum Beispiel König David. Als er, ich muss kurz nachgucken, als er in 2. Samuel 6 die Bundeslade wieder zurückholt, da passiert etwas ziemlich Eigenartiges. Und zwar ist er relativ nackt und tanzt um die Bundeslade rum, während er mit der Bundeslade in die Stadt reinläuft und alle 6 Schritte schlachtet er unterschiedliche Tiere. Und ich kann mir, also ich will mir das gar nicht wirklich vorstellen, wenn ich ganz ehrlich bin, wie eklig und wie blutig das wohl ausgesehen haben muss. Aber, und da steht später, dass seine Frau ihn verachtet hat für diese Aktion. Aber ihm war nicht so wichtig, was die anderen Leute denken in diesem Moment. ihm war es kostbar, seinen Gott anzubeten. Ihm war es kostbar, zu zeigen, wie wichtig es ihm ist, Gottes Namen zu erhöhen. Ihm war es wichtig zu zeigen, dass es nicht um ihn geht oder um seine Ehre oder um seinen Ruhm, sondern um Gottes Ehre. Und das ist einer dieser Sachen, die David so stark ausmacht. Ich feiere das unglaublich zu sehen, dass man bei ihm sieht, dass sein, wo sein Schatz ist, denn sein Herz hat es gezeigt, wie in solchen Momenten. Er hat sich es was kosten lassen, zu Lobpreisen. Auch in Form von Musik sehen wir immer wieder, dass sich Israel immer wieder auf Musik verlässt. Wir sehen zum Beispiel, dass sie um die Mauern von Jericho rennen und so das kraftvollste ist Laufen und Musik. Letztendlich fallen die Stadtmauern um und es geht weiter, Geschichte nach Geschichte nach Geschichte, wo Musik auch eine Rolle spielt in der Anbetung. Aber hauptsächlich ist, glaube ich, die Frage, wo ist dein Herz? Wie kostbar ist dir, es anzubeten und was möchtest du es dir kosten lassen? Ich finde das so krass, wie im Alten Testament, bevor Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, man gerecht gesprochen wurde dadurch, dass man gewisse Opfer gebracht hat. Das sah bestimmt ziemlich wild aus, wenn ich mir anfange, das vorzustellen und auch ziemlich eklig irgendwie, weil ich bin nicht so oft damit konfrontiert, dass irgendwelche Tiere geschlachtet werden. Aber es ist einfach krass, was für Rituale dort am Tempel durchgeführt werden und wie exklusiv es war, in Gottes Gegenwart zu treten. Wir sehen auch, wie Mose, als sie in der Wüste sind, auf den Berg Sinai geht, es exklusiv für ihn ist, in Gottes Gegenwart zu sein. Es ist exklusiv, dass er sie erlebt, dass er sein Gesicht verhüllen muss, als er vom Berg runterkommt, damit die anderen Leute nicht erstarren. Deswegen, es hat einen gewissen Kosten und gleichzeitig leben wir heute in einer Situation, wo wir, der Tempel Gottes, geworden sind. Der Heilige Geist lebt in jedem Einzelnen von uns und der Weg zum Tempel ist ziemlich kurz, also von der Distanz her, weil er hier ist. Aber manchmal ist der Weg von unserem Kopf zu unserem Herzen viel weiter, als von hier nach Israel. Deswegen, ich finde das so krass, was passiert, wenn uns, unser Lobpreis, kostbar ist. Und ich glaube, dass das ein zentrales Element davon ist, dass unser Lobpreis wirklich was bewirkt, wenn er für uns kostbar ist. Und ich frage mich, was dich deinen Lobpreis kosten darf. Alles das, was einen Wert hat, kostet etwas. Es hat einen gewissen Preis. Es hat einen gewissen Wert. Welchen Wert hat Lobpreis für dich? Welchen Wert hat es für dich, Gott an die erste Stelle zu stellen? Wir haben in diesen Versen gelesen, sorgt euch nicht, der morgige Tag wird sich um sich selber kümmern. Diese Passagen, die ich rausgelassen habe, da spricht Gott darüber, guck mal, ich habe die Blumen so wunderschön gekleidet, ich gebe den Spatzen genug zu essen und keiner von ihnen sorgt sich darum, ob sie genug zu essen haben oder genug Kleidung haben. Aber so oft passiert das, dass wir uns erst um das kümmern, was uns stresst und die Ängste, dann kommt vielleicht irgendwann noch unser Alltag und die Herausforderungen, die noch dazukommen, dann kommt vielleicht noch der Stress mit der Familie, vielleicht bist du Eltern und das löst auch gewissen Stress bei dir aus, ich weiß es nicht, deine Freundschaften, Arbeit, weiß ich nicht und ganz unten irgendwo kriegt vielleicht Gott noch einen kleinen Platz. Aber ich glaube, es hat so eine Kraft, wenn wir das drehen, wenn Gott wirklich den ersten Fokus hat, wenn Gott wirklich unser erstes Ziel ist, wenn Gott unser Herz hat, wenn wir es uns was kosten lassen, dass er an der ersten Stelle stehen kann und das kann so unterschiedlich aussehen in deinem Alltag. Sei es, dass du morgens früh aufwachst und einfach nur Gott sagst, wofür du dankbar bist. Sei es, dass du dir jeden Morgen fünf Minuten nimmst, sei es, dass du dir vor jedem Gespräch, das du hast, zwei Minuten nimmst. Was auch immer es in deinem Leben bedeutet, bewusst ihn an die Stelle zu setzen. Das Kostbarste, was wir haben, ist Zeit. Zeit ist eine beschränkte Ressource, die jeder Einzelne von uns hat und deswegen, wie können wir unserer Zeit den wirklichen Wert geben, indem wir sie Gott hingeben, glaube ich. Weil ich glaube, wenn wir zuerst nach Gottes Reich trachten, wenn unser Schatz da ist, dann werden wir erleben, dass er sich um uns sorgt. Ich glaube, unser Leben wird sich niemals hinten anstellen als gesamtes Leben und unsere Bedürfnisse, wenn wir Gott an die erste Stelle stellen, weil ihm geht es darum, sich um zu sorgen. Hey, er hat seinen Sohn auf diese Erde geschickt, er ist selber am Kreuz gestorben für uns, um in Beziehung mit uns zu sein. Ich glaube, das ist genug Beweis dafür, dass er dich liebt und dir alles ermöglichen möchte, was möglich ist. Wir haben so einen guten Gott und meine Frage ist, was lässt du dir deinen Lobpreis kosten? Das ist die erste Sache, die Lobpreis wirksam macht und die zweite Sache, die Lobpreis wirksam macht, also es gibt wahrscheinlich noch 40 weitere Sachen, aber das waren für mich so zwei Kernsachen, ist die Frage, die ich dir mitgebracht habe, welche Haltung hast du im Lobpreis? Welche Haltung hast du im Lobpreis? Wonach trachtest du als erstes? Welches Reich trachtest du als erstes? Ich finde so eine Geschichte im Neuen Testament so spannend, die findet in Lukas 7, Vers 36 statt und da kommt eine Frau in einen Raum, wo Jesus sich mit den religiösen High Society People getroffen hat und sie ihn zu ihm eingeladen hatten und diese Frau war offensichtlich bekannt eine Sünderin und sie kommt rein in diesen High Society der Heiligen Raum und letztendlich hatte sie so ein sehr kostbares Salböl mitgebracht, das hätte vielleicht bis zum Jahresgehalt gekostet und schüttet das über Jesus Füße, fängt bitterlich an zu weinen und salbt seine Füße und trocknet seine Füße mit ihren Haaren. Also auch wahrscheinlich eine recht wilde Situation, laut, wild, aber hat bestimmt gut gerochen, das ist schon mal vorteilhaft und letztendlich finde ich das so krass, weil diese Frau zeigt mir ihre Haltung. Sie kommt, sie stolpert nicht einfach in den Raum und guckt so, oh, wer ist denn hier drin, wem kann man was Gutes tun, sondern sie ist vorbereitet gekommen. Sie ist nicht versehentlich in diesen Raum reingekommen. Sie ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach in den Raum gekommen, ein bisschen so flitzermäßig wie im Stadium. Das ist nicht so einfach, wahrscheinlich in diesen Raum reinzukommen. Und letztendlich merke ich, dass sie etwas mitgebracht hat, was unglaublich kostbar ist, wo wir wieder bei Punkt 1 gewesen sind, unglaublich kostbar und sie nimmt das und salbt Jesus Füße damit. Ich meine, er hätte wenigstens den Kopf salben können. Also ich meine, Füße stinken vielleicht mehr als der Kopf in der Regel, aber letztendlich, sie salbt die Füße und trocknet das mit ihren Haaren. Das heißt, sie kommt vorbereitet mit so einer krassen Haltung. Sie ist bereit, sich lächerlich zu machen, von allen komisch angeguckt zu werden und blöd angemacht zu werden, aber sie geht auch mit einer gewissen Haltung. In der Bibel steht, dass Jesus hier sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Diese Frau läuft nicht als die gleiche Frau aus dem Raum wieder raus. Es hat damit angefangen, dass sie eine ganz bestimmte Haltung hatte, als sie in den Lobpreis reinkam. Und zwar hat sie zu Jesus Füßen einen Lobpreis gemacht. Sie hat ihn angebetet. Sie hat ihn an die erste Stelle gestellt, gezeigt, dass sie ihm wichtig ist. Sie hat so etwas Kostbares hingegeben und sich so verletzlich gemacht. Und letztendlich geht sie raus. So viel größer, so viel stärker, so viel gesegneter als alles, was sie sich vorher hätte mit diesem Öl erkaufen können. Und das finde ich so krass, was für eine Haltung sie hatte. Die Haltung ist so krass, dass sie uns bis heute noch in den Anbetungen führt. Heute rede ich über diese Frau, die da das gemacht hat. Wie krass ist das? Tausende später auf irgendeiner Bühne in Gummersbach, im Nirgendwo, da reden wir über diese Frau. Wie krass ist das bitte? Deswegen, ich glaube, um hier nochmal einen Punkt weiterzugehen, Musik ist kein Lobpreis. Lass uns das mal zusammen sagen, damit wir uns daran erinnern. Musik ist kein Lobpreis. Nochmal, Musik ist kein Lobpreis. Musik ist kein Lobpreis. Aber Lobpreis kann Musik sein. Jesus' Füße zu salben muss nicht unbedingt Lobpreis sein. Aber in dem Moment war es Lobpreis, weil die Haltung, die diese Frau hatte, entscheidend war. Und ich glaube, auch heute sind wir noch eingeladen, eine gewisse Haltung zu haben. Also ich leite das ein oder andere Mal Lobpreis im Jahr und ich merke so einen Unterschied, ob eine Gruppe gerade reingekommen ist mit einer Haltung, boah, ich möchte Gott anbeten, ich möchte meinen Fokus auf ihn richten oder ich eine Gruppe habe, die, sagen wir mal, so ein bisschen in der Mitte so, ja, ich wäre ready, aber die Songs, wenn die mir gefallen, dann singe ich mit. Oder eine ganz andere Gruppe, die sagt so, Gott, nee, kein Bock, also heute bin ich raus, Lobpreis ist eh nicht so mein Ding, nee, ciao. Also es gibt so unterschiedliche Settings und ich kann das meistens schon innerhalb der ersten Minute sehen, ob Leute gedanklich da sind und Lobpreis machen wollen in Form von Musik oder gebeten oder wie auch immer oder halt auch nicht. Das ist so sichtbar. Kannst du dich ruhig mal, also wenn du willst, kannst du kurz nach vorne kommen, dir das mal angucken, wenn ich das mal mit dem Lobpreis mache. Darf man sowas überhaupt sagen, Wolf? Der hat nicht zugehört. Also kommt gerne nach vorne. Und ich glaube, es hat so eine Kraft, wenn wir so eine Haltung haben, dass wir in Lobpreis kommen, verstehen, es geht nicht um mich, es geht nicht darum, wie ich mich gerade fühle, um die Ängste, um die Sorgen, um die Probleme, die ich gerade aus meinem Alltag mitgebracht habe. Nein, es geht um Gott und wir möchten ihn erheben, wir möchten ihn preisen, weil wir wissen, dass wenn wir mit der Haltung reinkommen, weil diese Frau, die hat in so einem zerbrochenen Zustand, als sie in diesen Raum reingekommen ist, es hat sie so unglaublich viel Überwindung gekostet und so unglaublich viel Geld, keine Ahnung, wo die das her hatte, aber auf jeden Fall ist sie da reingekommen, hat so etwas Verletzliches gemacht, ihr war egal, was die Leute links und rechts gedacht haben, so oft ist uns so wichtig, was die Leute links und rechts neben uns denken, wenn wir im Lobpreis stehen, ey, das ist lächerlich, aber ich traue mich manchmal irgendwo nicht zu singen, weil ich denke, boah, was denkt dann jemand, über das ich hier mitsinge oder so. Deswegen, das ist so krass, wie sehr dann unser Blick bei uns ist, aber eigentlich ist die Kraft darin, dass wenn wir in unserer Zerbrochenheit, in dem, was in unserem Leben passiert, nicht nur auf unsere Probleme schauen, sondern erstmal auf Gott schauen, erleben, wie er uns Freiheit schenkt und dann mit einem anderen Modus wieder rauslaufen, weil wir Freiheit erlebt haben, weil wir Heilung erlebt haben und unsere Geschichte, unser Erzeugnis kann noch so viele andere Leute ermutigen. Deswegen frage ich mich für dich, was hast du für eine Haltung, wenn es darum geht, Gott anzubeten. Sei es in den ersten Minuten deines Tages oder wenn du im Auto zur Arbeit sitzt oder wenn der Lautstärkepegel deiner Kinder bei 500 Dezibel ist und du nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist. Ich weiß nicht, was es ist in deinem Leben, wenn es ist, dass deine Mitarbeiter alle schon in der Schlange stehen und von dir was haben wollen, wenn du zu deinem Büro morgens kommst. Ich weiß wirklich nicht, was deine Herausforderungen sind, gerade auch in deiner Situation, gerade. Aber ich wäre so stark, wenn wir zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit trachten und glauben, dass alles andere uns danach dazugegeben wird. So, ich habe noch drei kleine Sachen, die ich euch mitgebracht habe, denn wenn wir wissen, dass wenn unser Lobpreis kostbar ist, uns was kostet und dass unsere Haltung entscheidend ist, es gibt noch gewisse Formen, die unterschiedliche Sachen bewirken. Und um diese drei Formen zu demonstrieren, brauche ich drei Freiwillige. Wo sind drei Freiwillige, die zu mir mal hier mit auf die Bühne kommen? Da könnte man eine kleine andere Perspektive kommen. Ja, da haben wir schon mal einen. Du darfst dich hier oben auf die Bühne stellen. Haben wir noch einen zweiten? Okay, du darfst den lilan Pfeil haben. Die Farben haben keine Bedeutung, aber ich wollte mit lila anfangen. Deswegen darfst du den lilan Pfeil haben. Ah, da kommt noch jemand. Hier ist ein Applaus. Du darfst den bunten Pfeil haben. Gib ihm den bunten Pfeil. Genau. Und noch eine dritte Person. Ich brauche noch jemanden. Einen Freiwilligen. Pastor Burns, du siehst so motiviert aus. Du wirst nicht nach vorne kommen. Yes, du kriegst den roten Pfeil. Yes, lässt uns dem Pastor Burns einen riesen Applaus geben. And he burns, burns, burns. The ring of fire. Ja. Okay. Ich habe euch drei verschiedene Arten oder drei verschiedene Formen mitgebracht, in die wir alle unsere Lieder im Lobpreis unterteilt haben. Ich wollte eigentlich ziemlich klar machen, dass Lobpreis so viel mehr ist, als das, was wir morgens hier in unseren Gottesdiensten machen. Aber trotzdem ist das ein riesen Ort, wo sichtbar wird, was für Anbeter wir sind. Und ich glaube, der Lobpreis, wenn wir hier zusammenkommen, als Gemeinschaft, da wird sichtbar, was wirklich in unserem Herzen passiert. Wie wirklich unser geistlicher Zustand ist. Wie wir auf den Lobpreis reagieren, zeigt eigentlich viel mehr über uns, als über, egal was um uns herum herum passiert. Und deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, diese Zeiten auch zu nutzen, als ein Geschenk, um zu checken, okay, was passiert eigentlich gerade in meinem Herz? Was ist eigentlich gerade meine Haltung? Und ich glaube, es hat so eine Kraft, wenn wir gemeinsam anbeten. Die Bibel ist voll davon. Kannst du alles durchlesen, wenn du die Bibel einmal durchliest. Wir haben hier drei Kategorien. Und zwar ist das die erste Kategorie. Wir nennen sie preisen und anbeten. Deswegen sagen wir alle preisen. 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 Und zwar, du hältst den Pfeil falsch rum, du musst den hochhalten. Erheb mal die Hände, wie preist du gerne den Herrn? Also es geht, du nicht. Du darfst den runterhalten. Auf die ist gerade keine Aufmerksamkeit. Geh mal zur Seite. Immer geht es um dich hier. Ja, so. Und zwar preisen. Es geht um preisen. Das ist unsere erste Kategorie in der Anbetung, die wir hier in der KFO haben. Wir haben da einige Songs singen und in diesen Songs geht es nur um Gott, um sein Wesen, um wer er ist, wie er ist, warum ihm alles Lob gebührt. Wir haben vorhin gesungen, Dear God, gehört unser Lob. Wir haben gesungen, dass es um ihn geht, um seine Herrlichkeit, um seine Macht, um seine Größe. Wir stimmen ein mit dem Lied, das wir in Offenbarung 4 lesen, wo alle Engel, heilig, heilig ist unser Gott, nur würdig ist er gemeinsam singen. Und ich glaube, Gott gebührt diese Anbetung und ich glaube, es hat so eine Kraft, wenn wir genau das tun, wenn wir ihn an die erste Stelle stellen, indem wir anfangen mit preisen und genau das machen wir. Damit starten wir meistens Lobpreiszeiten, dass wir Gott preisen, ihn ehren, ihn erheben. Es geht nicht um dich, es geht um ihn. Es geht um sein Reich, um seine Gerechtigkeit. Du spielst in dem Moment gar keine Rolle. Es geht um ihn. Wir wollen ihn anbeten und es hat so eine Kraft, denn ich glaube, wenn wir seinen Blick annehmen, wenn wir nach oben schauen, nicht auf unsere Probleme schauen, sondern nach oben schauen, was passiert ist, dass wir anfangen, seine Perspektive zu bekommen. Wie diese Frau, die Jesus Füße gesalbt hat. Sie hat danach eine ganz andere Sicht gehabt, weil sie erst einen Blick nach oben gerichtet hat. Erst so einen Füßen nach oben. Nein, sie hat einen Blick nach oben gerichtet und das ist so kraftvoll. Deswegen, eigentlich ist das der Kern der Anbetung. Wenn wir nur diese Kategorie hätten, das würde schon reichen, weil es geht nicht um uns, aber es passieren wunderbare Dinge, wenn wir über Gottes Herrlichkeit singen. Das ist unglaublich. Ich habe schon so viel davon erlebt, aber keine Zeit darüber zu reden. Deswegen, jetzt hier, Spotlight in den Mittelpunkt. Kann man irgendwie so ein Spotlight anstellen? Dann kriegst du auch dein Spotlight. Die erste Kategorie ist Preisen. Die zweite Kategorie ist Proklamieren. Du darfst jetzt wie so ein Kämpfer, der nach vorne sein Schwert richtet und so richtig krass kämpft. Ja, genau so. Yes, come on, danke. Genau. Nein, nicht geradeaus. Geradeaus. Nicht nach oben. Nach oben waren wir schon. Ja, sehr gut. Geradeaus, seitlich. Kannst dich auch währenddessen drehen, wenn das die Leute nicht zu sehr ablenkt. Auf jeden Fall. Die zweite Kategorie, die wir haben, ist Proklamieren. Ich glaube, es hat so eine Kraft, wenn wir Gottes Wahrheiten aussprechen. Wenn wir aussprechen, was Gott machen kann und was Gott machen wird. Sende Erweckungen, schütte sie aus. Lass deinen Geist wirken. Himmel brich auf, zum Beispiel. Oder nicht so, niemand ist besser als du. Du machst Gräber zu Gärten. Wie krass ist das? Du lässt Trauernde tanzen. Die Liste geht weiter. Mein Gott ist größer. Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind. Das sind diese Songs, wo wir proklamieren. Unser Gott ist größer. Er ist ein Gott der Wunder. Er ist ein Gott, dem nichts so möglich ist. Wir wollen erwarten, dass er sich in seiner Fülle zeigt, weil er nicht tot ist und auch heute noch wirkt. Und wenn wir diese Dinge aussprechen, ich glaube, hat es so eine Kraft und es aktiviert Dinge. Ich habe auch eine Stelle mitgebracht, aber die erspare ich euch heute mal, wo wir in der Bibel an so vielen Stellen sehen, wenn Leute anfangen, Gottes Wahrheiten auszusprechen, dass es einen Unterschied macht. Dass Dinge aktiviert werden, Dinge losgelöst werden, ausgelöst werden. Es ist so kraftvoll. Danke. Deswegen sagt alle mal zusammen, proklamieren. Wir proklamieren. Danke. Und jetzt, Pastor Burns, die dritte Kategorie ist Hingabe und Begegnung. Jetzt mach mal so einen Hingabe-Move, so einen richtig Hingabe-Move. So, kannst du sowas? So, Hingabe. Hingabe. Komm, Knie. Knie gibt es auch noch. Ja, Knie. Hingabe. Ja, sehr gut. Ja, mach den Fall doch noch in dein Herz so richtig so. Ja, Hingabe. Genau. Und das ist unsere dritte Kategorie. Ich finde es auch so stark, wenn es im Lobpreis dazu kommt, dass wir uns ganz bewusst ganz neu hingeben und ganz bewusst Gott somit in die erste Stelle in den verschiedenen Situationen in unserem Leben geben. Dass wir ihm unser Herz teilen, dass wir die Begegnung mit ihm suchen. Ich glaube, es hat alles seinen Platz und es hat so eine Kraft. Wir haben vorhin gesungen, Herr, ich komme zu dir. Ich stehe vor dir so, wie ich bin. Ich gebe mich ganz hin. Wir singen gleich noch, sei du der Mittelpunkt meines Lebens. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Und das sind so Momente, die so unglaublich stark sind, weil wir bewusst eine Entscheidung treffen, Gott in unser Herz zu lasten. Uns ihm hingeben. Und das sieht auch für jeden von uns unterschiedlich aus. Deswegen, danke, Pastor Bönz. Ihr könnt euch erstmal mal so stehen bleiben. Dann haben Leute das noch kurz vor Augen, weil die seht ja auch gut aus. Und genau, was wir jetzt gleich machen wollen, ist, dass wir in eine Zeit gehen, wo wir durch alle drei Kategorien durchgehen. Und es geht nicht darum, so eine Trockenübung zu machen, weil wir es gemacht haben, machen wir das. Sondern ich möchte gerne mit euch diese Übung machen, weil es uns helfen wird, ein neues Verständnis zu kriegen. Wir werden mit einem Song starten, wo wir bewusst gemeinsam Gott preisen, wo wir ihn erheben, wo es um seine Herrlichkeit und seine Größe geht. Dann werden wir einen Song singen, wo wir Wahrheiten aussprechen werden, proklamieren werden, was Gott machen kann in deinem und meinem Leben. Und dann als letztes werden wir uns wie Pastor Bönz hingeben. Wir werden Gott erlauben, in unser Herz zu kommen. Nicht jede Lobreichszeit ist so aufgebaut und nicht jede Lobreichszeit ist so gleichmäßig verteilt. Es gibt Lobreichszeiten, die haben einen Schwerpunkt hier, manche haben einen Schwerpunkt hier, manche da. Aber ich gehe heute mal mit euch durch alle drei Kategorien. Und mir ist so wichtig, dass über all die Sachen, die wir gerade geredet haben, mein Herz ist es in unserem Lobreichs, dass wir eine Erwartung daran haben, dass etwas passiert, wenn wir gemeinsam zusammenkommen und anbeten. Dass wir vorbereitet in Lobreichszeiten kommen. Dass wir verstehen, in Lobreichszeiten geht es nicht um uns, sondern es geht um Gott und dass wir genau diesen Blick einnehmen. Ich glaube, es hat so eine Kraft, wenn wir gemeinsam anfangen zu singen über Gottes Wahrheiten und ich glaube, dass Leute anders aus diesem Raum rausgehen, wenn wir mit ganzem Herzen da sind, unsere Haltung stimmt und es uns was kosten lassen. Ich glaube, dass das wirklich passiert. Wozu ich aber nicht einladen möchte, ist, dass es bei jedem gleich aussieht. Dazu möchte ich ganz bewusst nicht einladen. Ich möchte einladen, dass gerade, wenn wir starten mit dem Lobreichs, dass wir vielleicht gemeinsam aufstehen in der Regel, gemeinsam singen, gemeinsam laut in eine Stimme erheben. Aber gerade, wenn die nächsten Songs kommen, will ich dich wirklich einladen. Bring Sachen zum Schreiben mit in Gottesdienst. Setz dich vielleicht mal hin, wenn du es gerade brauchst, nicht zu stehen. Knie dich hin. Komm vielleicht nach vorne und bete vorne mit an, wenn das gerade dein Mut ist. Ich will uns wirklich ermutigen, da einfach so eine Freiheit drin zu haben. Nicht jeder muss alles komplett gleich machen. Und gleichzeitig hat es so eine Kraft in Spannung, dass wir bewusst den ersten oder die ersten zwei Songs immer bewusst gemeinsam aufstehen, gemeinsam singen und egal, was uns gerade passiert oder in unserem Leben ist, dass wir das mal beiseite schieben. Und was wir jetzt machen möchten, ist genau in so eine Zeit zu gehen. Wir möchten gemeinsam anbeten. Lasst uns doch mal gemeinsam aufstehen. Und bevor wir gleich in diese Zeit gehen, möchte ich noch ein Gebet sprechen mit Leuten, die vielleicht heute hier sind und vielleicht bist du das, vielleicht fühlst dich angesprochen. Du kennst Gott gar nicht oder du weißt gar nicht, worüber ich so wirklich rede oder du fragst dich, okay, worum geht es eigentlich bei diesem Gott? Es ist eigentlich ziemlich simpel. Gott, an den Gott, an den wir glauben, er hat uns für Beziehungen mit ihm geschaffen und seine größte Einladung in Beziehung mit uns war, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Und ich glaube, es liegt so eine Kraft darin, zuerst nach seinem Reich zu trachten und dann zu erleben, wie er sich um den Rest unseres Lebens kümmert. Es wird nicht alles einfach oder anders direkt auf einen Augenblick. Es verändern sich nicht direkt alle Umstände in deinem Leben, wenn du dich für Jesus entscheidest oder eine neue Entscheidung für ihn triffst. Aber dein Umgang damit verändert sich total und du veränderst dich in den Umständen komplett. Weil wenn du Gott ernst nimmst, dann bekommst du so einen anderen Blick auf alles in deinem Leben. Du bekommst so einen neuen Umgang, weil du plötzlich nicht mehr alleine unterwegs bist. Jesus Christus lebt dann in dir, wenn du es zulässt und du hast eine weltweite Gemeinschaft von Leuten, die genau das gleiche glauben. Hier zum Beispiel auch einen ganzen Raum voll von diesen Leuten. Wenn du das bist, möchte ich einfach mit dir ein kurzes Gebet sprechen und glauben, dass genau das passieren wird in deinem Herzen. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen in diesem Raum, der heute eine Entscheidung für dich treffen möchte und ich möchte beten, dass du ihm einfach voll zeigst oder du ihr voll zeigst, wie du, zu welchen nächsten Schritten du diese Person einlädst. Du bist so ein guter Gott und ich bete, dass wir ganz neu diese Gnade erleben und dass diese Personen, die sich gerade gemeldet haben, genau das in ihrem Leben erleben. Du bist so, so gut, Gott. Wir lieben dich von ganzem Herzen und wir ehren dich. Amen. Und bevor wir gleich in diesen ersten Song gehen, zu verholen. Warschau approach.